Herzlich willkommen zu unserem allerersten Gottes generelle Video. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Warum denkst du, haben wir in der Schule das Fach Geschichte? Weil wir heute wissen, wie wichtig es ist, über die Vergangenheit Bescheid zu wissen. Wie viel weißt du über christliche Geschichte? Ich meine jetzt nicht Ablassbriefe oder staubtrockene Kirchengeschichte. Wie viel weißt du über Menschen, die in den letzten Jahrhunderten Millionen von Menschen geheilt haben, Städte bekehrt haben, neue Städte gebaut haben und Erweckungen geschaffen haben? Wir müssen uns mit unserer Geschichte beschäftigen und nicht nur mit der von vor 2000 Jahren oder mit Luther. Weil sonst laufen wir in eine Zukunft, ohne zu wissen, wo wir eigentlich herkommen. John Alexander Dowie. Ganz hoch gestiegen und ganz tief gefallen. Dieser Mann hat es geschafft, um die Zeit der Jahrhundertwende, also im 1900 bis 20. Jahrhundert, die Welt zu erschüttern. Die Zahl der Menschen, die sich durch ihn bekehrt haben und die er geheilt hat durch Gott, übersteigen mehrere Millionen. John Alexander Dowie wurde am 25. Mai 1847 in Edinburgh, das ist in Schottland, in ärmlichen, aber christlichen Verhältnissen geboren. In seiner Kindheit besuchte er den Unterricht, sehr unregelmäßig, weil er häufig krank war. Seine Eltern schulten ihn aber sehr zu Hause, weil sie dran glaubten, dass aus ihrem Sohn irgendwann ein bedeutender Mann wird. Schon im Alter von sechs Jahren las Dowie die ganze Bibel. Tief berührt von den Dingen, die in der Bibel standen, entstand der Hass gegen den Konsum von alkoholischen Getränken. Während er weiter heranwuchs, las er voller Begeisterung die Bibel und begleitete seinen Vater so oft wie es geht auf dessen Predigtreisen. Als John sieben Jahre alt wurde, wurde er von Gott zum Dienst berufen. Allerdings wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau, wie er auf den göttlichen Ruf reagieren sollte. In seiner Jugend machte er kleine Arbeiten für Geschäfte, um sich seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Als er eines Tages in der Fabrik für eine Zeit lang arbeitete, erkannten seine Arbeitskollegen, dass er ein außergewöhnlicher junger Geschäftsmann war. Bald darauf wurde er zum Assistenten eines Fabrikanten, dessen Firma mehr als zwei Millionen Dollar im Jahr umsetzte. In den Jahren, als John die Karriereleiter weiter nach oben geklettert ist, fühlte er sich immer mehr zum vollzeitlichen Dienst von Gott hingezogen. Er erkannte auch, dass die Geistlichen zu seiner Zeit Dinge predigten, also Sachen, die falsch waren. Zum Beispiel leugneten sie die Heilung, also dass Gott nicht wirklich geheilt hat und dass Heilung nicht mehr aktuell ist. John war allerdings komplett anderer Meinung, weil als er Kind war, litt er an chronischer Dyspepsie. Das ist eine ernsthafte Verdauungsstörung. Und als er in der Bibel dann von Heilung las, forderte er Gott sofort auf ihn zu heilen und im gleichen Moment war er gesund. Als er dann 21 Jahre alt war, traf Dowie die Entscheidung, auf Gottes Ruf zu antworten. Und er verwendete sein ganzes Erspartes dafür, einen Privatlehrer zu buchen, der ihn auf sein Dienst vorbereitete. Nach 15 Monaten der Vorbereitung mit dem Lehrer schrieb er sich dann in die Edinburgh University ein. Weil er allerdings mit der Meinung der Professoren nicht übereinstimmte, wurde er keineswegs als Musterschüler gesehen. Dowie hatte einen Riesenhunger nach Gottes Wort und auch ein ausgezeichnetes fotografisches Gedächtnis, weshalb er seine Professoren in Diskussionen immer um Längen schlug. Nachdem er fertig studiert hat, ging er nach Australien und wurde dort Pastor der Congregational Church Elmer. Aber seine klaren und herausfordernden Predigten führten zu heftigen Reaktionen der Gemeinde. Die Menschen der Gemeinde lehnten sich immer weiter gegen ihn auf, weshalb er schließlich die Gemeinde verlassen musste. Obwohl er eigentlich das Geld gebraucht hätte. Kurz darauf wurde er zum Pastor der Congregational Church Manley. Er wurde herzlich empfangen, aber auch dort waren die Menschen nicht bereit für seine Predigten. Die Gemeinde war aber recht klein und konnte sich keinen anderen Pastor leisten. Deswegen ist er dort geblieben und hat seine Studien mit der Bibel dort weitergeführt und hat dort gepredigt. Dowie wusste, dass er ein Mann mit einer großen Mission war, aber wusste überhaupt nicht, was Gottes Auftrag für ihn war. Er sehnte sich nach großen Veranstaltungen und schon kurze Zeit später wurde ihm ermöglicht, Pastor einer sehr großen Gemeinde in Newton zu werden. Während der Zeit in Newton wurde die gesamte Region, also die Randgebiete von Sydney, vor einer tödlichen Seuche befallen. Es starben sehr viele Menschen und Dowie musste in kurzer Zeit 40 Menschen beerdigen aus seiner Gemeinde. An einem Tag wurde er von einer Frau gebeten, zu ihr nach Hause zu kommen und für die Tochter zu beten. Die war erkrankt an der Seuche und es sollte das Abschlussgebet sein. Er legte ihr die Hand auf und sie wurde ruhig. Die Mutter fragte, ob die Tochter jetzt gestorben ist und Dowie antwortete, nein, sie ist gesund. Ein paar Minuten später stand sie auf und konnte wieder ganz normal sprechen und essen. Dann ging er hoch zu dem Bruder und der Schwester, die auch an der Seuche erkrankt waren. Und auch sie wurden wieder gesund. Und von diesem Augenblick an war die Seuche in Dowie's Gemeinde gestoppt. Aus diesem Erlebnis entstand der unfassbare Heilungsdienst von John Alexander Dowie. Mit 29 Jahren heiratete er dann. Und er betete immer wieder und dann wurde ihm klar, dass Erweckung nur passieren kann, wenn er sich um die vernachlässigten und armen Bürger der Stadt kümmert. Und nicht nur um die Christen in den Gemeinden. 1978 löste er sich dann von seiner Denomination ab und mietete das Royal Theatre in Sydney. Und tausende Menschen strömten zu ihm. Aber wieder hatte er finanzielle Probleme und sah nur eine Möglichkeit. Er musste seine Möbel und sein Haus verkaufen und in eine kleine Wohnung ziehen. Er hat gesagt, meine schöne Einrichtung und meine Bilder waren weg. Doch an ihrer Stelle kamen Männer und Frauen durch den Verkauf meiner irdischen Güter zu Jesus. Tausende Menschen wurden geheilt. Aber gleichzeitig wurde auch seine Verfolgung und seine Feinde immer schlimmer. Eine große Gruppe seiner Feinde kam aus dem organisierten Verbrechen, die sogar eines Tages eine Bombe unter seinem Schreibtisch montierten. Die Bombe war auf eine Stunde eingestellt, in der er normalerweise immer im Büro war. Als Dowie an diesem Tag im Büro war, hörte er eine Stimme, die ihm sagte, steh auf und geh. Als Dowie diese Stimme zum dritten Mal gehört hat, griff er seinen Mantel und ging. Nur wenige Minuten, nachdem er das Haus verlassen hat, explodierte die Bombe. Dowie reiste dann durch ganz Amerika und entschied sich schließlich außerhalb von Chicago in Evanston, sich niederzulassen. Er wurde von der Chicagoer Zeitung als falscher Prophet und Betrüger bezeichnet. Wodurch er sich aber nicht abschrecken ließ. Als er an einem Tag auf einer Heilungskonferenz in Chicago predigte, wurde er aufgefordert, für eine Frau zu beten, die an einem Tumor erkrankt war und im Sterben lag. Er beschloss, den Hilferuf der Frau als Bestätigung zu sehen, dass sein Dienst zukünftig in der zweitgrößten Stadt der USA, also Chicago, verrichten sollte. Der Tumor der Frau war so groß wie eine Kokosnuss und war bereits in vielen Körperteilen verteilt. Als Dowie für sie betete, wurde sie sofort gesund. Diese Heilung war so spektakulär, dass sogar alle Zeitungen in Chicago davon berichtet haben. Dowie errichtet dann viele Häuser, in denen Menschen, die geheilt werden möchten, vorher Gott näher kennenlernen konnten. Und aufgrund dieser Häuser wurde Dowie verhaftet, weil ihm vorgeworfen wurde, ohne ärztliche Lizenz zu agieren. Was natürlich komplett falsch war. Doch das obere Gericht sprach ihn frei. Und die Behörden hofften ihn zu entmutigen, indem sie ihm ständig Geld und Gefängnisstrafen auflegten. In einem Jahr wurde er hundertmal verhaftet. Durch seine Schriften und Briefen, die überall verteilt wurden, auf der ganzen Welt, wurde er noch bekannter und beliebter. Und traf sich irgendwann sogar mit dem damaligen Präsidenten der USA an. Gegen Ende von 1896 hatte Dowie großen Einfluss in der Stadt Chicago erlangt und seine Gegner waren fast alle ausgestorben. Die Zeitungen haben geschrieben, dass es bald fast keinen Bewohner in der Stadt mehr gab, der nicht das Evangelium gehört hatte. Dowie mietete das größte Auditorium Chicagos für sechs Monate und veranstaltet dort große Heilungsgottesdienste. Und es gab keinen Gottesdienst, an dem nicht alle 6000 Plätze belegt waren. Die nächsten drei Jahre waren die ruhigen und erfolgreichen Jahre, wie sie benannt werden. In dieser Zeit plante Dowie eine eigene, besondere Stadt zu bauen. Heimlich heuerte er Makler an, die Grundstücke nordlich von Chicago auskundschaften sollten. Schließlich fanden sie ein 27 Quadratkilometer großes Grundstück am Lake Michigan, das sie dann auch sofort kauften. Die Stadt sollte Zion heißen. Das Land wurde auch nicht verkauft an die Leute, die dort ihre Häuser bauen sollten, sondern für 1100 Jahre vermietet. Obwohl seine Idee der Stadt scheinbar in Erfüllung ging, merken die Menschen, die ihm nahe standen, dass sich etwas verändert hat. Der Geist über Zion, also über dieser neuen Stadt, wurde dunkler. Weil Dowie so sehr damit beschäftigt war, sich um die Verwaltung der Stadt zu kümmern, hatte er keine Zeit mehr, um Gottes Heilung zu prägen. Er ernannte sich zum Generalaufseher und die Kontrolle der Stadt war unabdingbar in seiner Hand. Und so ergab sich ein Problem nach dem nächsten. Nach einiger Zeit hat sich John Dowie so weit von Gottes Plan für sein Leben abgewendet, dass er nur noch seine eigenen Worte predigte. Einige Menschen bezeichneten ihn als Elia, den die Bibel prophetisch ankündigt. Und er sagte zunächst, dass er nicht der neue Elia ist, aber irgendwann dachte er sich, Elia muss kommen und wer außer mir tut solche Werke? Und ab dem Punkt bezeichnete er sich offiziell als Elia. Er nahm von niemandem mehr Rat an und er räumte einfach jedes Hindernis aus dem Weg, das seine Pläne gefährdete. Der Verfolgungskampf, der ursprünglich gegen Gott gerichtet war, sah Dowie jetzt als einen persönlichen Kampf. Und nach einem schlimmen Artikel gegen ihn, der in New York von einem Erzbischof veröffentlicht wurde, mietete er den Madison Square Garden. Das ist eine riesige Arena. Er wollte unter Beweis stellen, wie falsch der Artikel war. Tausende seiner Anhänger kamen mit Zügen nach New York gefahren. Doch die andere Hälfte der Halle wurde mit seinen Gegnern gefüllt. Und die Gegner haben die Halle verlassen, als Joey auf die Bühne kam. Zu diesem Zeitpunkt war die Stadt Zion finanziell ruiniert. Bald erklärte sich Joey als der erste Prophet der Endzeit, leugnete seinen Familiennamen und unterzeichnete alle Verträge ab diesem Zeitpunkt mit John Alexander, der erste Apostel. Nach dieser Ernennung hatte er einen Schlaganfall bei seiner letzten Predigt. Er wurde von den Menschen in Zion abgesetzt und verbrachte dann die letzten Jahre seines Lebens in seinem Haus. Das war die Geschichte von John Alexander Dowie, der so weit gekommen ist und so tief gefallen ist. Und was wir aus dieser Geschichte von diesem Mann lernen können, ist, dass wir niemals dem Gedanken verfallen dürfen, dass wir es persönlich geschafft hätten. Und unsere persönliche Macht, die wir nur wegen Gott haben, auszuspielen. Wenn wir das tun, dann weichen wir von Gottes Plan ab, der eigentlich unsere Mission ist. John Alexander Dowie ging als Hochstapler in die Geschichte ein, obwohl er ein von Gott berufenes Genie war.